Alarm, Alarm, wir werden angegriffen, Alarm! Servus, liebe Leute, der Alarmruf musste einfach sein. Hier ist euer Tragner, herzlich willkommen zurück zu Evil Genius 2 und ich bin heiß drauf. Wir lösen jetzt direkt den Großalarm aus und werden diesen, äh, 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 wie, wie, wie heißt der? Scheiße, das war jetzt natürlich eine super Anmoderation, den unfähigen Ermittler oder eher die unfähige Ermittlerin, die unsere Basis, unsere Existenz bedroht. Der werden wir jetzt so auf die Fresse mit Roundhouse-Kick geben, wir haben nicht umsonst Chuck Norris ausgebildet. Großalarm, großalarm! Ach, gedrückt halten. Ja, jetzt läuft sie, jetzt kriegt sie Flitzekacke. Die hat hoffentlich Windeln an, weil es so viel Schiss, wie sie jetzt hat bei uns. Und unser erster dummer Scherge läuft direkt mal direkt vorbei. Wo läufst du hin? Wo läufst du hin, Scherge? Hab ich die markiert? Falsch. Oh, hier. Ich hab sie schon genau zum Töten markiert. Okay, unsere Wachen stehen hier bereit. Die stehen an den Toren. Da hinten läuft sie. Die unfähige Ermittlerin. Du wirst sterben, unfähige Ermittlerin. Du wirst sterben. Okay, wir haben irgendwelche Pläne abgeschlossen. Ähm, 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 was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Ich muss Pläne machen. Ähm, ähm, ähm. Nein, ich würde es aber sehen, wie die auf die Fresse bekommt. Okay, hier haben wir nix Neues. Hier haben wir auch nix Neues. Ja, komm. Meine Wächter warten auf. Wieso rennt da jetzt keiner hin und verprügelt die? Das ist auch ein bisschen doof, oder? Ja, jetzt kommt sie. Die hackt sich jetzt hier. Ja, hier ist der Wächter. Hau ihr aufs Maul. Los. Bam. Der erste Kick. Komm. Ja, hier geht die Tür auf. Mein zweiter Wächter kommt noch dazu. Komm, Roundhouse Kick. Boah, voll auf die Fresse. Oh, so richtig. Also, werdet ein großer Alarm. Okay. Alarm erledigt. Wir sollen ein Krankenhaus bauen. Aber erst werden wir mal, äh, Pläne losschicken. Wir haben hier Argwohn 8. Das heißt, hier sind wir eh noch unterwegs. Wir haben hier Argwohn 3. 10.000, 20.000. Argwohn 19. Und 1. Ähm, hier, Plattepaar. Gut, zwei Pläne gestartet. Wir gehen wieder zurück. Wir sollen, ähm, oh, ich habe irgendeinen Erfolg freigeschalten. Beweise. Wer braucht Beweise? Kümmere dich um den Eindringling und zerstöre dann die Beweise. Okay, ja. Habe ich hoffentlich gemacht, indem ich den Eindringling verbrannt habe. Wir sollen eine Krankenstation bauen. Die würde sich natürlich so ein bisschen hier drinnen anbieten. Aber ich weiß immer noch nicht so ganz, naja, hier könnte man halt auch Fallen reinbauen. Deswegen Krankenstation, Krankenstation. Krankenstation, 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 Krankenstation. Oh, die hier hinten hin. Oh, Mann. Mann. 64 Felder. Ah, ich weiß nicht. Nur mal angenommen. 12 mal 14 könnte man hier schön machen. Aber hier könnte man halt auch so ein kleines Verwirrspiel aus Fallen und Gängen machen. Ja, das passt mir nicht. Das passt mir nicht. Das heben wir mal auf. Äh, die Krankenstation, dann bauen wir sie hier hinten rein. Ungefähr mal so. Das sind 12 mal 12. Äh, 200. Äh, 244. Groß. Äh, 130. Äh, Gefängnis weiß ich nicht, ob wir noch großartig vergrößern. 8 mal 8 ist 64. Wäre genau die Größe, die wir bräuchten. Okay. Was? 1000 Bubus? Bubus? Okay. Krankenstation wird gebaut. So, wo ist denn eigentlich unsere High-Heal-Tante hier? Okay. Ähm, Aura läuft auf jeden Fall einfach weiter, ohne dass irgendwas passiert. Das finde ich relativ cool. Okay, wir sollen Pläne abschließen. Was haben wir denn hier noch? Wir haben noch irgendwas freigestalten. Gegenstände, Deko. Deko haben wir hier noch. Haben wir hier noch? Geil. Gehirn-Hologramm. Und es hat sogar hier so eine Aura. Verlangsamt Verlust. Das stellen wir mal hier rein. Können wir noch nicht. Klimaanlage. Okay. Ah, verlangsamt dir irgendwelche Leben. Ah, es ist, ähm, die anderen sind Moral und Klugheit. Ah, okay. Ah, ja, an der Stand, dann hauen wir auf jeden Fall hier noch, das brauchen wir unbedingt, das Gehirn-Hologramm. Wieso kann ich das nicht bauen? Ach, das baut man die Wand ran, oder was? Bestätigen. Okay, wird beides gebaut. Lassen wir mal so. Ähm, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ähm, optional. Rein ihre fünf Wächter. Ähm. Ja, weiß ich nicht. Äh, hier ging das, glaube ich. Wächter vier. Machen wir mal auf fünf. Aber hier heißt es wahrscheinlich, wir sollen halt insgesamt, fünf Wächter trainieren. Das heißt, wenn mal einer tot ist, können wir einen neuen, äh, hinterher trainieren. So. Ja, genau. Äh, gut gemacht. Deine Schergen können nun Gurkengläser jeder Größenordnung aufkriegen und als Wächter trainiert werden. Gurken? Gurkengläser jeder Größenordnung. Äh, 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 ja. Habe ich Superman hier produziert oder was? Okay, geh jetzt zur Dimension. Was können wir jetzt machen? Ähm, Nebenhandlungen. Hol die Belohnung ab. 20.000. Ha, die Größte. Und ich schaffe alle. Okay, nicht ganz, was ich erwähnt habe. Alle. Wie viele Wälder sind es, um dich zu töten? Alle. Die größte. Fast. Es war mir jetzt klar, dass irgendwie so eine dumme Antwort kommt. Okay. Okay. Klischee ist erfüllt. Die größten Muskeln, das kleinste Gehirn. New Main Objective. Available. Wir erfüllen alle Klischees. Alle. Select a new Minion Side Story from the Objective Screen. Diener-Einführung oder Technikereinführung? Ähm, ich hätte gerne die Diener-Einführung. Diener Plus 1 Cocktailbar, Bakaratisch und Bühnenshow. Okay, und was ist das andere? Techniker. Ja, okay, Techniker ist bestimmt geil. Aber irgendwie hätte ich mehr Bock erst auf die Diener-Einführung. So ist es. So ist es. Warum will immer irgendjemand etwas von mir? Lasst mich doch einfach hier rumstolzieren. Ja, wenn es stillgelegt ist, ist es halt nicht ganz perfekt, gell? Ich denke, das Problem ist, dass es abandondert ist, Boss. Nicht viele Leute besitzen und abandondert... ...etwas. Okay. Und scheint dürfen wir jetzt unser Casino öffnen. Sehr gut. Hör ein bisschen Sturz. Ja. Dress sie gut. Teach sie, um sie zu schießen. Beim Roulette-Schummeln. Okay. Many objectives require you to send different types of minions to run special schemes. Okay. Let's go to the world stage to get started. Wir müssen jetzt wahrscheinlich einen Diener entführen. The highlighted schemes is near one of your criminal networks. Gut, starten. Nein. Okay, wir müssen noch ein bisschen warten. Ähm... Brechen wir jetzt... ...ab. Boah, 14% ist halt jetzt nicht allzu viel, gell? Machen wir mal abbrechen. 25 Minuten, da kommt. Abbrechen. Ja. Starteplan. So. Was haben wir denn noch Neues hier? Wir können eine Bank bauen. In unserem Trainingsraum. Bauen wir mal hier eine Bank hin. Einfach so. Und was haben wir denn hier alles? Nebenhandlungen haben wir aktiv. Hauptmissionen. Genau. Optional. Ähm... Wir können... Nichts... Ah, hier haben wir gleich was erfüllt. Und wir sollen noch ein weiteres kriminelles Netzwerk aufbauen. Problem an der ganzen Geschichte ist... Brauchen wir noch so ein Sendedings hier, glaube ich. Baumodus. Baumodus. Äh... Kontrollraum. Nein, da komme ich nicht rein. Machen wir mal so. Gegenstände. Bewegen. Nach hinten. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass das geht, oder? Doch. Geht. Uh, ganz knapp. Was kann ungültige Felderänderung nicht bestätigen? Kann man dich mal hier rübersetzen? Und Raumtyp... Erst mal hier so freimachen. Bestätigen. Wo ist das Problem? Wegen dem hier, oder was? Ah. Oh nee, wenn es aber an die Wand muss, habe ich ja von Haus aus ein Problem. Nääääää. Ja, 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 ist mir schon klar, ist mir schon klar. Ja, wie mache ich denn das dann am besten? Und was liegt hier? Soll es eine Lampe sein, oder was? Your minions have kidnapped a specialist. Once they're in a holding cell, you can choose to interrogate them. Oh, ein Tresorraum ist zu klein. Zum ersten Mal überhaupt. Zum ersten Mal überhaupt ist unser, äh, Tresorraum zu klein. Ähm, nam 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 nam. Ich würde gerne erst noch den Kontrollraum, aber hier komme ich überall noch nicht rein. Ist ein bisschen doof jetzt hier gerade. Ein bisschen doof. Theoretisch. 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 Bewegen. So. Ähm. Geht nicht. Ähm. Verkaufen. Bewegen. Nein. Bewegen. Bewegen. Sitzt der da gerade in der Luft? Der sitzt gerade in der Luft. Ähm. Bewegen. Bewegen. Und dann können wir jetzt hier noch einen reinsetzen. Ja. Bestätigt. So. Verhöre den gefangenen Diener. Yeah. Wir verhören. Yeah. Ja. Wir gucken genau zu. Aber jetzt wieder einen feuchten Fuzzi bekommt. Ich bin mal sehr gespannt. Holter ihn, den Diener. Holter ihn. Holter ihn. Dynamit? Dynamit? Der zweite er. Du hast ihn zum Weigen gebracht. Oh man. Rot. Rot. Er hat den Fake-Dynamiter auf den Schoß gelegt. Für ein Sackgesicht. Äh. Platziere Dienertrainer. Okay. Machen wir. Machen wir. Äh. Dienertrainer soll man platzieren. Dienertrainer. Oh. Bestätigt. Ja. Unser Trainings-Dings hier ist auch schon fast zu klein. Aber du fasst. Gegenstände. Casinotür. Roulette-Tisch. Dekor. Oh. Okay. Jetzt kann man da bestimmt das Casino öffnen. Das ist ja sehr geil. Sehr, sehr geil. Ähm. Haben wir hier irgendwas erfüllt? Ja. Hol dir. Verhöre den Agenten. Belohnung abholen. Konstruiere. Spinde in der Kaserne. Ähm. Verfolgen mal kurz. Und zwar drei Stück sollen wir noch produzieren. Drei Stück. Ein kleines bisschen tricky. Aber nur ein kleines bisschen. Weil wir können auf jeden Fall hier. Da. Und. Oh. Oh. Okay. War doch nicht tricky. War doch nicht tricky. Das geht erstmal. Okay. Forschung abgeschlossen. Wir können uns jetzt durch. Hartes Gestein. Head to the Minion Training Screen. To request some advanced minions. Was war das hier? Moral und so. New Main Objective. Genie. Gegner im Nahkampf zu fangen. Das möchte ich mal machen. Das möchte ich machen. Das möchte ich machen. Höhere Chance, dass wir Leute. Fangen. Kein Strom mehr. Nein. Aber wir können uns. Moment. Wir können uns jetzt. Ein hartes Gestein. Zu. Hartes Gestein für uns. Optional Objective. Complete. Not enough gold to complete this construction. Was? Nicht genügend gold. Ich hatte gerade eben die ganze Zeit so viel gold. Und jetzt kommst du mir an mit einem. Not enough gold. Not enough gold. Ähm. Hier. Äh. Hole Belohnung ab. Okay. Haben wir gemacht. Verhöre Schergen. Verhöre Scherge. Ja. Ja. Ein. Wir haben keinen Schergen. Ähm. Weitere kriminelle Netzwerke. Noch einen Schergen anheuern. Wächter trainieren. Okay. Ähm. Ja. Wir kümmern uns als erstes mal um unsere Mission. Können wir hier in die Anlage. Ähm. Dann holen wir uns das hier unten noch. Wir haben keinen Strom. Wir haben keinen Strom. Öffnet das Schergen-Menü. Zwei Diener sollen wir trainieren. Diese ganzen fortgesetzten Sachen. Sogar das hier oben ist noch gesperrt. Sehr gut. Gib mir Strom. Gib mir Strom. Können wir dann hier die Sachen reparieren oder sowas? Oder werden die einfach abgehängt dann? Extra lasse ich. Ich lasse das extra alles stehen. Das soll schön drin bleiben hier. Ja. Da kommt der erste Strom. Ja. Da ist er, der Strom. Da ist er. So. Erkunden. Okay. Das wäre dann das nächste Netzwerk. Und wir gehen doch am besten. Hier holen wir eh gerade Geld. Hier holen wir Geld. Ah. Wir könnten hier weitermachen mit dem Geld. 30. 25 plus 30 ist 55. Das ist schlecht. Immer 34. Haben wir hier irgendwo noch das kleine Geldzeichen? 10.000, 15. 15. Langt ganz genau. Aber wirklich ganz genau. Aber hier gibt es das kleine Geldding. Kleinen Geldplan gar nicht. Hm. Auch hier hinten. Das langt auch. Starteplan. Starteplan. Okay. Zurück. Und die Belohnung ab. Yeah. Okay. Geld haben wir wieder ein bisschen. Trainiere Diener. Ähm. Ja. Wie werden denn die trainiert? Hier ist ja schon einer. Hier ist schon einer. Geil. Biele Higgs. Left. Naja. Momentan noch nicht. Stock im Arsch. Passt. Aha. Das ist ja witzig. Aha. Geil. Wie kriegst du jetzt den Koffer wohl da durch? Neuer Versuch. Schafft sie es jetzt. Ja. Einfach auf die Richtung, äh, durch die richtige Seite durchgehen. Oder besser gesagt in die richtige Richtung drücken. To ensure your cover operation is perceived as legitimate. Okay. Fertig. Zwei Diener. Zwei Diener. Eins. Zwei. 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 Drei. Bestätigt. Zack. Zwei Diener. Zwei Diener. Zwei Diener. Nebenhandlungen, die wir hatten, das waren doch Techniker. Brauche ich vielleicht erst die Techniker, um das reparieren zu können? Vergammelte Kisten. Die können wir wohl verkaufen. Oder wir verkaufen einfach alles hier. Ja, und richten es halt dann komplett ein. Was sind das Touris hier? Jetzt fällt es mir erst auf. Nein, 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 abbrechen, abbrechen. Sind die Touristen schon? Wieso haben wir denn hier schon Touristen? Unser Casino ist doch noch gar nicht eröffnet. Achte auf Nagel. Okay, ähm, wir haben ja Wachen hier rumstehen. Sollte es so zumindestens sein. Warte, bis der unfähige Ermittler eingetroffen ist. Kann ich jetzt wenigstens schließe ein Forschungsprojekt ab? Zwei von drei. Okay. Dude, das Schiff kommt wieder. GERNT! Warum ist das nicht mein Schiff? Hey, ich bin der, der ultimative Genie der Weltenvernichtung. Ich will, dass das mein Schiff ist. Wer braucht so eine Base, wenn man die ganze Zeit mit dem Schiff rumfahren kann? Da kommt jetzt bestimmt der unfähige Ermittler raus. Okay. Zack, der Touristen ab. Für Ablenkung. Ablenken. Ja, eigentlich will ich ihn ja naiver Schussel. Kompetenz dürftig. Aha. Und dann? Verprügeln wir ihn. Oder was passiert dann? Okay, wir schauen mal schnell, wir können noch, äh, was von dir passiert. Wieso denn 50 von 50? Hä? Scheiße. Okay, gehen wir mal hier hin. 10.000, 20.000. So. Was passiert hier? Und wieso spielt hier noch keiner? Nutzer, nix. Da kommt ein Diener. Unser Gold ist schon wieder voll? Was? Ja, 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 ja. Moment, 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 Moment. Wir brauchen erst Tresorraum. Hier muss, hier muss viel mehr Gold rein. Bestätigen. Viel mehr Gold, viel mehr Gold, viel mehr Gold. Okay, was ist jetzt hier los? Okay, der Diener ist gekommen, um den unfähigen Ermittler, diesmal, wer ist er, wer ist es? Äh, Scene Bree, um den abzulenken, habe ich jetzt das Gold bestätigt? Ja, okay. Dachte schon. Aber jetzt wird der gar nicht eskortiert. Hier wird gespielt. Nochmal Screenshot. Nein, nicht weglaufen, wenn ich einen Screenshot mache, du blöde Kuh. Blöde Kuh. Dann machen wir hier nochmal. Nochmal vielleicht ein bisschen schöner hier so. Ja, da kommt eine zum Spielen. Ja. Sehr gut, ja. Ein paar Screenshots gemacht, keine Ahnung. Ähm, ja, was ist denn jetzt hier? Hier mit dir? Was ist mit dir? Führte den Agenten an eine weniger verdächtige Stelle, ja. Und wieso macht das niemand? Will ich das selber irgendwie machen? Ah, jetzt halt. Komm. Komm. Die Shake-Gun. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Geht der jetzt? Ich glaube, der geht jetzt hat. Jetzt geht der einfach. Neues optionales Quest-Ziel. Äh, schließe fünf Pläne ab. Okay. Schaffen mit der Zeit. Ja, aber, 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 aber. Aber warum geht denn der jetzt? Ich hab doch hier, ich hab doch hier die Quest. Oder ist das jetzt das Ziel gewesen, dass der quasi nichts findet, weil er nicht zu der Tür hier hinten gekommen ist? Ähm, Casino. Regenstände. Dekor. Klimaanlage. Trinkwasserbrunnen. Guck mal den. Hier. Nein, das geht nicht. Okay, dann machen wir einen. Hier hin. Und einen. Hier hin. Stätigen. Jetzt ist er weg. Ach, das war's schon. Bisschen langweilig. Ich hab gedacht, die verprügeln den jetzt im Eck oder so. Was für ein Furz-Käs. Okay, hier gehen wir mal jetzt hier arg wohnen. Äh, hier, hier, hier. Drei Arbeiter. Starte Plan. Können wir noch einen machen? Okay. Ähm, wir sollen einen, äh, Belegschaftsraum bauen. Den bauen wir definitiv hier hinten hin. 64 Felder. Da können wir eigentlich direkt daneben bauen. Hier können wir auch noch nach oben gehen. Dann haben wir hier, 8x8 ist 64. Ja. Machen wir ein bisschen größer gleich. Hier machen wir überall rein, auch wenn wir die nicht überall bräuchten. Geniet TV. Oh, einen fetten Whirlpool. Was ist das denn? Aber jetzt ist es natürlich ein bisschen heftig, gell? Weil der Weg von da hinten zum Beispiel bis da rüber ist halt schon sehr weit. Ah. Der wäre mir hier vorne zum Beispiel lieber eigentlich, der Raum. Aber gut. Ist halt so. Was können wir denn noch bauen? Gegenstände. Ähm, Dekor. Ein Wandstuhl. Ja, komm, da bauen wir hier einen hin. Komm, bauen wir zwei hin. Stätig. Und ich glaube, wir könnten hier mal den Essensraum noch ein bisschen ausbauen. Kantine. So. Gut. Gold, wie schaut's aus? 51%. Wir können noch eine Mission starten. Ich würde gerne, weil Geld haben wir gerade genügend. Und ich würde einfach die Agro quasi abbauen. Warum können wir das jetzt, also das können wir machen. Warum können wir das zweite nicht machen? Immer nur für Geld. Immer nur für Geld. Okay, hier sind wir wieder bereit. Aber Geld, wir sind eh fast voll. Okay, wir lassen es einfach mal dabei. Genie-TV. Warum heißt denn das TV? Mist, es ist ein Whirlpool hier. Die Teile, die ich später gebaut habe, die schließen sie als erstes ab. Äh. Okay. Noch ein Auftrag erfüllt. Aber wir können jetzt hier nicht noch mehr Netzwerke gerade raushauen. Dann hauen wir jetzt mal hier drei Arbeiter. Genau den wollte ich vorher. Und hier machen wir schon. Hier machen wir schon. Okay, und jetzt hier geht das Geld gerade runter. Das heißt, wir hauen hier wieder Geld rauf. Aber wir sind jetzt hier. Da kommt er. Ah, jetzt checke ich. Your valets are here to make sure your cover operations remain as convincing as possible. Ausblenden. Ja, sehr geil. Collect the completed side story to continue your world domination. Continue your world domination. Okay, Leute, äh, wisst ihr was? Wir sind bei 32 Minuten und ich hatte eigentlich noch gar keinen Bock, die Folge zu beenden. Aber da wir jetzt gerade mit der Nebenhandlung fertig sind, äh, werde ich das einfach jetzt machen, die Folge beenden. Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, welche neue Nebenhandlung wir beginnen. Ähm, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.